so wir sind wieder zurück und hier gibt es angeblich was neues aber es ist eine totale lüge wir haben zuletzt die schmiede gebaut und den ding ist hier abgeschlossen jetzt gibt es noch macheten training muss ich mal gucken ist die machete überhaupt schon voll ausgebaut da kriegsmachete das wäre das also 50 prozent schaden bei kraftschusswürfen oder 50 prozent angstgeschwindigkeit dazu na gut machen wir das einfach mal sonst 50 prozent das war ein kopf bevor wir uns wieder hier vorausschieben die windbeutel range grünliche fleischlinge fliehen instinktiv ihre sollte man sich zuerst nehmen die kriegs machete hey nothing more healthful least the little fellas can feel the thing some squirts try to be on instinkt best to put them away first for the while of the others So lange die alle nicht grünen sind, ist alles wunderbar. Sehr schön, der hat den grünen leicht getötet. Oh, das war's schon, wie nice ist das denn gewesen. Und die Geisterklinge. Okay, das war also die Meisterschaft oder wer auch immer davon es dann möchte. Ja, hier haben wir... Oh, schönes Zeug. Für den Schleicherspieß 50% mehr Schaden. Nehmen wir gleich mal. Ähm, für die Kriegsmache gibt's auch noch was, obwohl ich das gar nicht mehr brauche, auch nicht schlecht. So, den Schleicherspieß ist ja noch dabei. Der Gelkanister, hm... Ich bin mir grad nicht so sicher. Wo hat man... Da ist der Duellentscheider. Ich glaube, lieber den nehm ich mit, obwohl der Gelkanister auch nicht schlecht ist. So, dann haben wir auch diese Meisterschaft erledigt. Gehen wir zum Abendrotenpfad. Dann müsstet ihr, glaube ich, hier entweder Sulf oder... Ich glaube, Sulf ist hier zu finden gewesen. Sorry. Gehen wir zum Abendrotenpfad. Der Kind ist nicht hier für Spaß, aber... Oh, der Schaden macht wieder 50% mehr Schaden. Das heißt, er zerlegt jetzt die Feinde noch schneller. Wenn er so schlecht ist. Alter, wie krass. 112 Kritschaden. Vom nicht übel. Na, ich brauchte wohl nicht mehr lange aufladen, die Waffen. Sollten die alle übel leicht zu tönen. Hehe. Oh, Merkur Salah! Oh, Merkur Salah! Give me more! Alter, wie krass ein Schaden das Ding macht. Das lohnt definitiv, den Modus nochmals zu spielen. Uups! Ich geh kaum Schaden, voll cool. Wo da gar kein Schaden ist. Wurzeln war immer eine schwerste Proposition. Die Kalamidie verändert alles. Auch wenn der Wind ruft. Ich schmeiß ihn mal mit Schleim. Oh, holla. Ich glaube, wenn wir die Wünste in den alten Zeiten machen können, können wir wiederholfen. Aber die Frage ist... Wer könnte die Korte nehmen? Well, ain't no survivors, don't the thing. Scumbag ate it by mistake. Tough break. But my new kid, that core, comin' back. Crazy. Oh, jetzt ist sie kaputt gegangen. Das hat aber genug gehalten. No, they used to ship live munitions. Handgranate. Na, brauchen wir nicht. Unnötig. Ach, scheiße, die muss ich nicht mitnehmen, ma? Ach, so ein Mist aber auch. So ein Mist aber auch. Oh, da wäre der Skyway. Hier gibt's aber noch eine Luftbrücke. Ups. Ah, nur ein bisschen was Erkohltes dazu bekommen. Ich möchte die Handgranate nicht haben. Die stinkt. Zurück zum Skyway, also wieder zurück. Nein, noch gar nicht zurück zur Bastion. Oder? Aber was ich in dem Spiegel lernt habe, Katastrophe heißt auf Englisch Calamity. Egal wie es geschrieben wird, es heißt so. Das wurde ja jetzt schon so oft gesagt. Was haben wir da? Geschichtsbücher. Gleich. Okay, also irgendwas Neues. Ich glaube, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Wir hatten bloß die Pfeife. Den Kessel. Und jetzt halt das hier. Cool. Machen wir wieder was Neues. Wer weiß wo. Also wieder so eine Trugwelt. Wenn du nochmal aufstehen würdest, die faule Saudi. Okay, es sieht aus wie Bastion am Anfang. Tatsache, es ist Bastion. Du musst aber Zähdo. Ich könnte immer ganz viele davon platzen. Ich kriege keine IP dafür. Das ist ärgerlich. Oh, die ich schon noch brauche. Ich denke mal, hat das einer. Hab ich gesehen. Hat er sich da gleich versteckt, die Sau. Ah, ich glaube, die Duelli-Handschuhe finde ich besser. Äh, die Duelli-Handschuhe. Den Duell-Entscheider. Oh, Leute. Hier geht's. A ist für Kobe. Die Frau von Oath und Abandone. Mach eine Prozesse. Und die Chasen-Made wird dir zu. Halt die Fiecher aber gut ab. Respekt. Er ist schneller als ein Forker-Lightning. Und seine Ziel ist immer wahr. Aber kein Neu-Tentor. Oh, da haben wir eine mehr Schwarz-Tentor. Ist er was, was er nicht tun kann? Er zieht den Strahlenten. 24 Trugbilder Ich bin nicht blöde platziertes Ding Lass dir deine Besonderungen und deinen Weg nach dem neuesten safehaven Es ist echt schade, dass man keine EP bekommt Oh, der bekommt am Ende halt, aber nicht von den einzelnen Monstern Lass meine Dinge, du bist viel F ist für die Grundlage, ein solides Plot Land für alles, was man sich vorstellen kann, dass die Idee klein ist. Oh shit! Ah, der Duellentscheider ist hier glaube ich eine bessere Wahl gewesen. Wäre hier. Ich fall durch nichts nach unten. Oh, nicht schlecht. Oh nein! Werner McClein? Jesus.